Willkommen zurück zum nächsten Part von HJJJC Hier mit ihm hier Nenne es einfach nicht HJC Sondern nenne es die Hölle Ja die Höllen Wo geht es lang? Nein So jetzt komm jetzt hör auf So wir haben jetzt gesagt wenn wir das nicht schaffen innerhalb von 5 oder 10 Minuten keine Ahnung in einem Part oder was weiß ich dann ziehen wir weiter Ziehen wir einfach weiter so Ja ein bisschen trollen sollte man spielen Ne aber nicht nicht wenn du ganz oben ist oder hier Hier nicht ey Da habe ich echt keinen bock drauf Jump to where the torch is Wie cool das ist so ein mini checkpoint Welcher mini checkpoint hä wo denn Ja wenn du jetzt da so rüberspringst Hä wo bist du denn du bist doch nicht viel weiter als ich Äh ich bin schon im anderen rum Das ist ja da Spring jetzt rüber Da siehst du ja so ein leeren Ding Eingang oder so Ja Ja alter Schon wieder Schau da bin ich Ja ich bin hier Wie bist du da hoch gekommen Ja hier um die Ecke rum Da 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 und jetzt bin ich hier Und jetzt muss ich da hinten hoch Und jetzt muss ich Ne warte Ne quatsch warte Hä Warte der Fall sagt mich muss da unten hin So und jetzt Ich bin da anders dahin gekommen weißt du wie Ja egal Ich bin von der Leiter schau Ja okay Zeige ich dir dann nachher Ja kannst ja nachher zeigen So jetzt erstmal Weil da gibt es eine Abkürzung Wo du dir sehr viel Leiter spaßt Egal ich habe mir Es ist schon Genug Leiter zu zocken Look at the side Auf Feier Alter schon wieder du kleine So So Oh mein Gott Wie schnell bin ich denn hier Unglaublich Was ist denn heute los Noch nicht mal 2 Minuten schon bei Level 48 Ey Was hast du es geschafft? Ja Ja warte schnell Ich probiere jetzt noch diesen Ding Ja da kannst du Kannst du dich tp'n irgendwie So Ja warte ich will Okay Kein bock Ich tp schnell So Warte 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 Ja mach ruhig Ich tp Ich tp Aber du musst dich dann sofort Sneaken ne Okay Hä wo bist du Ich seh nicht Hinter dir Und jetzt musst du da rein Alter wie hast du es geschafft? Jetzt musst du irgendwie da Da Ne Muss man da durch? Ich weiß gar nicht Ich guck mal grad Muss man irgend... Egal ich probiere Warte Alter ich auch nicht mehr Deutsch reden kann ey Seit Map ich diese gezockt hab Sehr nett diese gezockt So warte Hier hoch Hier hoch So Muss man dann da Ich weiß nicht... Du bist irgendwie voll Leiterjump Profi Muss man da... Oh weia Die Frage ist Muss man sich dann da oben An der nächsten Leiter festhalten oder? Achso ich Ja glaub schon glaub schon Oder muss man irgendwie durch... Ich weiß nicht Ne ne Bei der Leiter da oben Ne 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 du kannst auch hier durch glaube ich Du kannst auch hier durch Und dann hast du... Ne warte Ne warte mal Warte Warte Ne 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 warte mal warte mal wie ist das denn? So Äh Jetzt musst du an der und das... Ach ne muss ich doch da so hüllen So nein Ich wär fast... Habt ihr das gesehen? Ne Habt ihr das gesehen? Ich wär da fast dran Ich war da fast dran Alter was ist das wieder für eine Behinderung Hinderung. Ne, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Das ist gar nicht so schwer. Ich kann sowas nicht. Ich hab euch... Hey, warte. Muss ich jetzt an der Leiter da oben nicht festhalten? Nein, nein, nein. Musst du nicht. Musst du nicht. Du musst versuchen, guck mal, du musst von ganz hinten. Dann musst du hier durch. Und dann musst du da oben auf die Blöcke. Und dann geht's hier zu der Leiter. Ach, nee. Da oben auf die Blöcke ist das nicht schwer. Mach mal kurz wieder, äh, Set. Set, Time, Day. Äh, Set, Time, Set, Day. Ja. Alter. Alter, nee, das geht doch gar nicht. Doch, das geht, doch, das geht, das geht, das geht. Mensch. Aber wenn ich hier mal runterrutsche, was... Nein, du musst vorher springen. Bevor du läufst, musst du springen. Das ist so bei der Leiter. Vorher irgendwie... Ja, das ist behindert. Ja, das kann ich einfach nicht. Das ist einfach so. Ich kann das nicht. Ich bin auch nicht. Gut, wenn das überhaupt niemand von uns schafft, dann... Ja, dann... So, warte hier so. Warte. Na, okay, na, ich glaub, ich weiß, wie ich jetzt bei der Leiter tue. Okay, warte, warte, warte. Ach so. Das geht aber, das ist machbar. Also, das ist jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, bei den Diablöcken hab ich mich mehr aufgeregt. Aber das geht. Das ist... Das geht wirklich. Ja, das ist... Irgendwie muss ich sagen, da bist du... Zulie regt nicht so auf. Doch, irgendwie schon. Aber... Klar regt das auf, aber es regt nicht so auf, wie jetzt... Die Diablöcke. Ich kapiere. Es ist... Ja, es ist halt immer wieder nur scheiße, wenn der dann wieder runterrutscht. Und dann musst du wieder... Ja, das... Das nervt einfach für die Leiter, wenn man runterrutscht. Und du bist doch schon... Wenn man zu spät... Du bist doch schon auf den Blöcken. Warum hält der sich da nicht fest? Ich raff das... Ich raff das nicht. So, jetzt. Jetzt. Guck, guck. Da, wo ich bin. Jetzt musst du... Hoffentlich schaff ich das. Musst du da... Alter, wie schaffst du das? Einfach hier rum. Irgendwie. Also, schau. Eckleiter springen. Das geht noch. Aber sowas, wo Oberbike noch so eine Leiter nervt... Nein, das geht. Du musst... Da ist genau so viel Platz. Ist da. Da ist genau so viel Platz gelassen worden, damit du da durch kannst. Irgendwie. Das heißt, ich soll mich einfach nicht von der Leiter irritieren lassen, da oben. Nee, da musst du erst viel später hin. Oder was heißt viel später? Da musst du erst eine Etage später dann hin. Oh, wie viele Minuten haben wir jetzt? Boah, fünf Minuten. Der Schone an diesem Scheiß hier. Ja, nicht genau fünf Minuten. Den anderen Scheiß haben wir schnell geschafft. Warte, ich... Nein, ich meine jetzt... Doch, das trifft den... Das trifft den Kopf. Nein, hä? Aber du kommst doch da auch so... Ich hab's doch auch geschafft. Ah, ich weiß wie. Du schaust einfach nach vorn. Ja, genau. Du schaust einfach nach vorn. So, und jetzt musst du da ganz nach drüben. Mach du erst. Ui. Genau. Und jetzt musst du da an die Leiter. Da hinten. Warte, warte, warte. Keine Angst, du kommst da oben nicht gegen. Genau. Oh, fuck. Da bin ich jetzt... Alter. Da bin ich jetzt zu spät gesprungen. Äh, zu früh. Zu früh. Mach ich das jetzt mit Normaljump oder... Nee, das geht nie mit Normaljump. Ja, mach's. Ja, mach... Nein! Hast du dich nicht festgehalten, siehst du? Also, doch, ich hab gesneakt, aber dann hab ich so viel Schwung gehabt und der ist einfach dann runtergerutscht. So, einfach nur nach vorne gucken. Ja. Einfach nur nach vorne gucken, ja. Verdammt. Ich hätte es vielleicht schaffen können. Ach, Mensch. Na, irgendwie ist es interessant, diese Stelle. Ich drück... Ey, ich... Ich raff das aber nicht. Ich drücke... Doppel W, aber er macht das einfach nicht. Okay, so, warte. Gerade auch schon. Nicht editieren! Ach, verdammt. Ah, da hab ich schon ne Technik. Das geht gut. Gut, geschafft. Das ist nicht mal mehr so schwer, Alter, nur wenn ich nicht die Leiter... Nein! Halt dich da fest! Halt dich da... Ah! Nee, jetzt... Jetzt regt's... Jetzt regt's echt langsam wieder auf. Jetzt regt's auf, ja. Ja, jetzt langsam. Jetzt langsam kommen die Würze. So, springen, ja. Alter, ich schaff das hier nicht. Springen, jawohl. So, warte, ich muss kurz meine Hände ein bisschen... Ja, voll verschwitzt, oder? Oh, ein bisschen knacken, ein bisschen hier. Hört man das eigentlich? Alter, ich schaff das nicht. Ein bisschen vielleicht. Oh, die Kel muss man ein bisschen. So. So, wo bin ich denn jetzt hier? Dann muss ich da... Ach du Scheiße. Alter, glaub mir, das da oben wird dann hart. So. So, schau um dir, das ist hart. Wo müssen... Hä, wo denn rum? Wo muss ich denn hin? Warte, warte, ich zeig's dir, Game of. Also, du bist jetzt da oben. Ich hab da jetzt... Ich bin jetzt hier. Und wo bist du? Warte. Ich glaub, so um die Ecke, ja. Das ist möglich. Hab's gerade geschafft. Ja, ich auch. So, wo jetzt? Gut, 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 gut. Da ist ein Pfeil, daher, da ist eine Leiter. Nicht sneaken vergessen. Da muss ich hin! Ja, das ist hart. Das ist ein Ecksprung. Warte. Hast du das gesehen? Bam! Nice! So musst du das. Du rettest grad mein Leben. 49, okay. Checkpoint. Music. Hier. Okay, das ist wieder... Ah, das glaub ich kannst du nicht, oder? Nee, doch, doch, doch. Das sind... Das sind Ecksprünge? Lange Ecksprünge, ja, lang. Aber... Oh, aber das ist richtig extrem, weil du echt so... Das ist, glaub ich, genau so viel Platz, wie dein Mensch breit ist, alter. Ja, da ist auch nur ein Block breit, oder? Alter, das ist... Ja, scheiße. Das wird schwerer. Da werden wir lang sitzen, glaub ich. Da werden wir aufgeben müssen, glaub ich. Nee, aufgeben ist nicht. Aufgeben ist nicht, ey. Ja, noch nicht. Schauen wir mal nach. Schauen wir mal. Ah, geschafft! Diesen Ecksprung, diesen Ecksprung. Dieser... Warte mal. Wie weit geht das da hoch? Ach, scheiße. Hey, warte mal. Ich glaub, ich weiß, wie das gehen könnte. Komm! Wo war da? Dann. Nein! Hätt... Wär da... Hätt ich... Wär ich gelaufen, dann würde es gehen, glaub ich. So. So. Du, das hast du schon... Alter, HSPLP geht grad voll ab. Ja, ja, sagst du jetzt. Komm. Ja. Hauptsache bei den Hardcore-Sachen gibt er... Vollgas. Okay, okay. So, ist hier jetzt irgendwie ein Checkpoint? Ey, hier ist kein Checkpoint! Wie kack ist das denn? Hä, wo muss denn jetzt so lang? Da hinten, genau! Nee, da, oder? Nee, von da nicht, da bin ich doch... Da bin ich doch gerade hergekommen. Ich muss da hinten hin. Warte, ich mach mal Game-Up. Ich will mal schauen, wo? Ich muss eintrinken. Ich muss da hinten jetzt um die Ecke rum. Oh ja. Oh ja, da musst du hin. Dann kommt Checkpoint. Komm, zwei Sprünge noch. Diesen Harden-Jump, aber das ist nicht mal so schwer. Den hatten wir am Anfang auch. Ja, aber jetzt trotzdem, Alter. Guck mal, wenn du jetzt runterfällst, musst du noch mal alles von vorne machen. Ja, ja, komm, komm. Richtig und chill einfach. Jawohl, das ist der letzte Jump, der ist asozial, der ist richtig asozial. Okay, okay. Das ist ein asozialer Jump, aber nicht unmöglich. Dann hast du, okay. Alter, wie schaffst du diesen zweiten Jump, das verstehe ich nicht. Fuck, immer mal dieser einen kleinen Schätzchen. Ich will dir einen Tipp geben. Ja, vorher, wie gesagt, ich weiß nicht, was bei dir sprinten ist. Sofort, also nicht, dass du... Nee, Doppel-W, Doppel-W. Ja, nee, es gibt... Du kannst jetzt auch mit Steuerung, wenn du das gedrückt hast, dann fängt er sofort an zu sprinten. Und das musst du, glaube ich, drücken. Du musst vorher, glaube ich, springen und dann sprinten drücken. Also, warte. Ja, du musst das halt irgendwie versuchen, dass du nicht an diese Ecke rankommst. Ja, das ist... Verdammt. Das ist richtig schwer. Mit asozial. Okay, warte. Ich glaube, dass es so auch irgendwie möglich ist. Oh, ihr habt es geschafft. Ihr habt es ja geschafft. So. Komm. Ja. Verdammt. Ich bin gerade voll nur weg. Stopp. Wer hat der letzte Jump geklappt, dann hätten wir es geschafft. Hätte, hätte, Fahrradkette. Alter, ich schaffe nicht mal den zweiten Jump. Jetzt dreht der Entwickler echt durch. Ja, aber es sind ja... Guck mal, es sind ja Sprünge, die nicht un... Äh, un, 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 wie sagt man? Unmöglich sind. Die nicht... Ja, die nicht fast unmöglich sind. Weil solche Sprünge gibt es ja auch, die fast unmöglich sind. Ich meine, ich mache das bei mir im echten Leben auch. Da habe ich auch mal einen Ecksprung, dann sage ich mir einfach... Oh, come on. Dann mache ich einfach so, dann bin ich auch auf der Ecke. Weißt du, dann mache ich nochmal so, dann bin ich wieder unten. Dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Fuck, ey. Fuck it. Zu viel Beleidigung in einem Part, ey. Ehrlich. Yes! Das erste Mal, dass ich es geschafft habe. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. So, jetzt muss es aber laufen. Komm. Alter. Gut, pass auf. Also, wir beenden den Part mal hier ein bisschen früher. Und dann, wie gesagt, im nächsten Part, wenn wir das innerhalb von fünf Minuten nicht schaffen, dann switchen wir weiter. Weil, ihr wisst ja, wir wollen euch noch ein bisschen mehr von der Map zeigen. Wir wollen die Map irgendwann in weniger als 100 Parts geschafft haben. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, schaut beim anderen vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.